Darf der Arbeitgeber eigentlich nach dem Geschlecht fragen? Jetzt wirst du sagen, Bredek, was für eine komische Frage. Das sieht er doch im Personalgespräch. Naja, nicht immer finden in Zeiten von Homeoffice-Personalgespräche live statt. Und manchmal lässt es auch der Name nicht ohne weiteres erkennen. Ich merke das immer bei euren Fragen, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich euch anreden soll, weil ich aus dem Namen, aus dem Vornamen nicht schlau werde, weil ich den Vornamen nicht kenne. Also da muss ich manchmal googeln. Deswegen ist die Frage gar nicht so verkehrt. Grundsätzlich darf der Arbeitgeber ja zulässige Fragen stellen und dann auch erwarten, dass du die Wahrheit sagst. Das heißt, wenn du lügst, kann das Konsequenzen haben, bis hin zur Anfechtung bzw. Kündigung des Arbeitsvertrages. Aber wenn die Frage unzulässig ist, dann darfst du lügen und es hat keine Konsequenzen. Ich würde auch immer sagen, bei einer unzulässigen Frage lüge, weil wenn du sagst, ich beantworte die nicht, dann kann das natürlich schon Konsequenzen haben, nämlich ganz einfach die, dass du nicht eingestellt wirst. Deswegen musst du das natürlich überlegen und deswegen ist das auch eine ganz sinnvolle Frage, ob der Arbeitgeber nach dem Geschlecht fragen darf, weil er sich da unklar ist. Die Frage ist dann zulässig, wenn deine Tätigkeit direkt etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Da wird man in Zeiten von MWD und so weiter und diesen Gender-Problematiken, so nenne ich es mal, sicherlich nicht mehr das so allgemein sagen können, weil da auch sofort wieder in der Festlegung selber eine Diskriminierung stecken kann. Aber es wird zumindest in den Bereichen, wo es darum geht, ob du eine bestimmte Tätigkeit ausüben kannst, beziehungsweise sie nur auf eine bestimmte Art und Weise ausüben kannst oder nicht, da wird es eine Rolle spielen. Also wenn du ein Model für Darmbekleidung sein willst und entsprechend dich bewirbst, dann wird der Arbeitgeber wahrscheinlich nach dem Geschlecht fragen können. Allerdings 100% sicher ist das auch nicht. Und wenn du hier lügst, dann kann ich dir nicht mal sicher sagen, welche Konsequenzen das am Ende zulässigerweise haben wird. Wenn du mit einem Bart, also mit einem Bart jetzt Darmbekleidung präsentieren willst und der Arbeitgeber sagt, das habe ich mir anders vorgestellt, ich kündige, dann würde das wirklich ein spannender Prozess werden. Ich würde aber denken, diese Frage ist noch zulässig, weil der Arbeitgeber immer dann, wenn du deine Tätigkeit eben schlichtweg nicht erbringen kannst aufgrund deiner Disposition, deines Geschlechts oder sonstiger Dinge, dann ist die Frage tendenziell zulässig. Ich weiß auch nicht, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin selber auch regelrecht befangen bei solchen Fragen, weil ich auch nicht mehr weiß, wie das Ganze weiterlaufen wird, was das Bundesarbeitsgericht damals zu sagen wird oder ob mir jemand aus einer Beantwortung so einer Frage dann auch wieder einen Strick drehen wird. Ja, entweder die, die sagen, MWD ist eh alles Quatsch oder die, die sagen, wieso, das ist ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste, was Wichtiges gibt es gar nicht auf der Welt momentan. Also alle Fraktionen werden, im Grunde genommen fühlt man sich da unter Feuer von allen Seiten, wenn man sowas beantwortet, aber wir müssen darauf Antworten finden, wir können dem nicht ausweichen. Meine Antwort hast du jetzt, wenn dich solche Antworten interessieren, abonniere gern diesen Kanal und schreibe mir deine Fragen, deine Meinung dazu auch gern in die Kommentare. Das Ganze ist im Fluss und wir werden da noch die eine oder andere Überraschung in den nächsten Jahren erleben.